Prasarita Hastavajra Chaturanga Dandasana ist der Liegestütz auf Knien mit den Armen weit auseinander. Vom Fersensitz ausgehend, beuge dich nach vorne und gib die Arme weit auseinander, bleibe auf den Knien. Diese Stellung entwickelt pectoralis, die breiten Brustmuskeln, sehr stark. Wenn du noch weiter nach unten gehst, dass du 10 cm oberhalb vom Boden bist, merkst du wie stark. Die Stellung ist weniger anstrengend für die Trizeps.